Hallo, mein Name ist Davos Hertic. Ich bin der Obmann der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien. Es ist noch nicht Weihnachten, aber für zehntausende Unternehmerinnen und Unternehmer ist dieses Schild hier ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ab 1. Dezember tritt die Öffnung der Anrainerparkzonen generell für den Wirtschaftsverkehr in Kraft. In harten Verhandlungen konnte ich bewirken, dass auch die Kleintransporteure die Anrainerparkzonen nutzen können und das freut mich ganz besonders. Aber mich erst, da brauche ich nicht so weit reden. Nähere Infos finden Sie unter eingeblendetem Link.